Dass du dich auch immer so geil fühlst, wenn sie die Hummeln reinfliegen lassen, ne? Hi liebe Schnuffelhausen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblings-Roster mit Herz. Und heute geht es hier los mit I'll be one, Folge 1, I'll be one, wie er die Stars in Love. Es sind ganz, ganz viele Menschen hier dabei, die aufrichtig nach der wahren Liebe suchen und nach nichts anderem. Nach keinem Ruhm, nach keinem Fame. Sie verstehen sich nicht, sie sind einfach 100% authentisch und ehrlich, so wie wir sie kennen. Deswegen, ich freue mich einfach auf diese Staffel. Wo bin ich heute? Heute bin ich in dem Haus von anderen Freunden. Und ich mache hier eine wunderschöne Erfahrung, weil dieses Haus steht offen für so viele Menschen. Ich glaube, gestern saßen wir zu 8 oder zu 10 an einem Tisch. Und ich habe so zurückgedacht in meine Kindheit und habe festgestellt, dass das bei uns nicht so war. Wenn zum Beispiel Freunde von mir vorbeikommen wollten, dann hat meine Mama direkt gesagt, nee, ich habe mich sauber gemacht und meh. Und ich muss sagen, dass ich mir das für meine Familie, wenn ich mal eine gründen sollte, das genauso nehmen, machen würde, wollte. Bei den Türen oder die Türen unseres Hauses würden die immer für alle offen stehen. Es ist wundervoll, wenn ganz viele Menschen zusammenkommen. Ja, jetzt ist hier auch schon jemand im Garten am Arbeiten von der Family. Hallo. Und ich nehme mir das Video für euch auf. Aber falls ihr neu seid auf meinem Kanal oder du, dann tretet auch gerne bei. Tretet dieser wundervollen Community bei. Werde einer von uns, abonniere. Seid euch immer ein Hobby der Schnuffelhasen bewusst. Wir sind die Schnuffelhasen. Die Schnuffelhasen gucken sich immer die Werbung an und sie sagen uns heute, während sie die Werbung gucken, in den Kommentaren, weil Schnuffelhasen sind auch super effektiv, die lassen immer einen Kommentar da, während die Werbung läuft. Heute würde mich interessieren, wer hier in der Sendung euer Favorite ist. Hat ihr ein Favorite? Gina ist ja wieder da. Calvin ist wieder da. Also ich meine, weil Calvin, boah, so sympathisch der auch ist, aber langsam, langsam hat er den Bogen überspannt. Also ich meine, wie kann man denn, das ist ja wie so Elena Miras, wie kann man denn in so vielen Shows vertreten sein? Vor allem überlappen die sich doch auch alle. War da nicht auch hier bei das große Promi-Büßen? Dann ist er jetzt hier, da war er, also das ist ja der Wahnsinn. Ich habe nochmal von den Kardashians gehört, dass zum Beispiel die Kim, meine Freundin, die darf nicht überall sein. Sie muss sich auch mal ein bisschen rar machen. So, wie steht ihr zu dem? Könnt ihr vielleicht diese Gedanken teilen heute in den Kommentaren? Weil er ist ja sympathisch. Ich will ihn halt nur auch, ja, man merkt halt so, dass der alles sagen kann. Dem kannst du alles vorlegen und der wird das machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Calvin da dann immer wirklich dabei ist, wenn er was von sich gibt. Heute will er sich verlieben. Hierbei, I do one, I do one, ich weiß es nicht. I do one kannst du gucken auf RTL Plus, RTL Plus Premium Abo bekommst du über mich vergünstigt. Dieser Rabattcode gilt sogar während ich in Serbien bin. Geh da einfach runter in die Infobox und da findest du Rabattcode und Rabattlink und dann gibt es wahres Geld zu sparen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Ich habe ja immer auf das Oberflächliche geachtet und hier kommt es halt wirklich auf den Charakter auch an. Ja, hier kommt es wirklich auf den Charakter an, auf nichts anderes. Die Süße habe ich ganz doll gern. Irgendwie kommt die super sympathisch rüber. Auch ein bisschen sehr naiv, ob das jetzt wirklich wahr ist, was sie hier sagt, dass sie wirklich den Traumantreffen möchte und dass ihr um nichts anderes geht. Wir werden sehen. Ich bin hier wirklich nicht wegen Fans, sondern ich möchte wirklich mein Perfect Match finden. Also wenn sie labert oder babbelt oder lügt, dann macht sie das auf eine wirklich authentische und süße Art. Und sie sieht viel, viel besser aus, weil sie hat sich, glaube ich, was aus den Lippen entfernen lassen. Ich habe halt einfach gerne Sex und mache dann einfach Spaß. Was soll ich da sagen? Da brauchst du gar nichts weiter sagen. Ich fühle dich. Ich habe in diesem Urlaub auch viele Gespräche über Sex geführt. Und es gibt tatsächlich viele Menschen, die auch von meinem Ufer sind, die das nicht so oft haben, so gerne. Das ist einfach ganz normal, der eine so, der andere so. Aber ich fühle diesen Mann sehr. Ja, das ist für mich wie atmen. Mein zukünftiger Vater soll... Vater habe ich jetzt gesagt? Ach, Vater, ja. Ja, so ein bisschen Daddy-ish-Schüsse habe ich ja. Also passt das ja. Und sie hat einfach einen geilen Charakter. Die ist jetzt auch wieder dabei. Gina wird auch immer öfter und öfter zu sehen sein. Scheint mal so. Ex on the Beach, Reality Show. Ja gut, das hat ja den Job. Das ist ja so, wie wenn du, keine Ahnung, Fahrräder produzierst. Und dann kriegst du immer mehr und mehr Aufträge rein. Dann deliverst du halt einfach. Gehst denen Bestellungen nach. Der Süße, der so gerne und viel Geschlechtsverkehr hat, der hat mal eine gescheuert bekommen im Fernsehen. Ich glaube, es war das Nation Island. Und hier schauen wir uns diese Szene einfach kurz an. Kannst du mir sagen, was du mit dir gemacht hast? Was machen? Okay, ich ändere kurz meine Richtung, beziehungsweise meine Bitte an euch. Könnt ihr in den Kommentaren auch bitte niederschreiben, was es hier mit auf sich hat? Ist sie danach verklagt worden? Ich hoffe, hat sie danach ein TV-Verbot bekommen? Ich hoffe, weil sie hat ihnen dann richtig ordentlich einen gescheuert. Also richtig Körperverletzung im Fernsehen. Ich bin eine Lamborghini und ich gehe auf 300 Kameras. Oh Gott. Wisst ihr, desto länger ich Trash-TV-Kommentiere, desto mehr und mehr Spaß habe ich daran. Weil man kennt die Gesichter, man kennt ihre Geschichten. Fabio, unser Bärchi-Hase ist auch mit dabei. Ich bin frisch getrennt und fühle mich sowas von bereit für was Neues. Wie hat er diesen Sixpack hinbekommen? Macht er Geld damit, indem er neue Sixpacks an Trainieren beibringt? Also er hält es auf jeden Fall drauf. Wie kriegt man das damit hin? Diese Süße vom Bachelor, die Blonde, die ihre bombastischen Rhythmen immer ein bisschen reduziert hat, die redet jetzt mit Fabio und sagt halt so, ja, nee, also ich bin hier nicht zum Bumsen. Ich möchte gerne mich verlieben. Und seine Reaktion darauf ist wie folgt. Aber erst mal musst du das Leben mehr erleben. Sonst bist du unerfahren und dann hast du zwei Kinder und dann was bringst du dir bei. Naja, aber warte mal ganz kurz. Wenn sie sich auslebt, ne, wenn sie Dreier hat, Vierer hat und so weiter, dann lernt sie ja hier Skifahren und, ne, Jumping, Riding und so weiter. Und das soll sie dann ihren Kindern reinbringen. Ich glaube, sie kann ihre Kinder auch erziehen ohne diese ganzen Beterfahrungen. Und hier kommt ein richtig süßer Schnuffel, der viel, viel heißer noch aussieht. Ihr wisst, wer gemeint ist, ne? Ich habe gerade sogar seinen Namen vergessen, weil ich so geschockt bin. Er war bei Couple Challenge mit Denise, Micha, Micha, ohne blotten Haare. Er sieht einfach richtig, richtig geil aus. Ich habe richtig Bock, ich bin hyped und ich hoffe einfach, wirklich mein Perfect Match hier zu finden. Er ist hyped, oh mein Gott. Ich wünschte, ich wäre auch in so einer Show zusammen mit Micha. Ich wäre auch richtig hyped, ich sag's euch. Ich bin clever, charmant und selbstbewusst. Ja, und du siehst einfach göttlich aus. Ja, und das ist so das Ding, ne? Er ist die Verzweiflung pur für alle anderen. Weil der wird sich, glaube ich, nimmer zwar lieben, der hat da irgendein Bindungsproblem da. Aber er sieht halt mega gut aus, trinkt kein Alkohol, ist super schlau und alle verzerren sich nach ihm. Ich auch schon wieder. Aber du... Ich bin so eine kleine Wundertüte. Hm, die möchte man natürlich zum Platzen bringen. Ich bin mysteriös und da kann man sich auf jeden Fall noch auf einiges freuen. Nee, da freut man sich nicht drauf. Dein mysteriöses Dasein ist einfach zum Zähneausbeißen. Man möchte dich doch mal kennenlernen und sich in dich verlieben und dass du dich auch zurückverliebst und so. Aber der denkt, dieses Mysteriöse ist schön für jemanden. Also der Armer-Dude ist schon ein Schnittchen, ne? Gina hat halt echt so eine Vorliebe für schwierige Jungs. Also ich möchte erstmal alle Männer kennenlernen. Ich möchte mit jedem Mal reden, quatschen. Blasen, küssen, bumsen. Was hat so dazu gehört, um sich ein bisschen besser kennenzulernen? Ich weiß nicht warum, aber ich muss immer an Sachen irgendwie riechen. Sie erfüllt natürlich so ein Klischee, ne? Mit ihrem Airbag hier vorne, dass sie immer so den Mund so offen hält. Dass die sich auch immer so geil fühlen, wenn sie so die Hummeln reinfliegen lassen, ne? Ich mag auch zum Beispiel voll gerne Benzingeruch oder irgendwie Kellergeruch. Das erklärt aber einiges. Wenn die so viel an Benzin geschnüttelt hat, das tötet ja auch die ganzen Gehirnzahlen, ne? Und dann hat sie den Finger um den Mund zu hauen. Und im Keller hält sie sich halt gerne auf. Bei meinen Ex-Freunden habe ich immer voll gerne, wenn ich mir Dinge kuschelt habe, unter dem Arm gerochen. Ja, aber das ist geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, das zahlt mich auch ein bisschen an. Aber ich weiß nicht, ob ich das so vor laufender Kamera sagen würde. Hab ich gerade, ne? Viele denken, okay, optisch, tussi und arrogant. Ne, denken die nicht. Die denken sich so, was ist denn mit der schiefgelaufen? Wo ist sie falsch abgebogen? Bei welchem Chirurgen ist sie? Kann man mir noch helfen? Ich hab das jetzt also von meinen letzten Beziehungen immer nur positives Feedback bekommen. Für was jetzt? Ich glaube, das geht ums Riechen, ne? Sie hat geschnüffelt wie eine Weltmeisterin und hat immer erraten, was das ist. Das ist jetzt Eichelkäse. Einfach hast du gut erraten. Das ist super. Und der Fußpilz? Kannst du den auch noch riechen? Ja. Ja. 10 von 10. Also, die sind wirklich Schockgesell, würde man sagen. Wo würde man sagen Schockgesell? Also, ich hab ein paar türkische Freunde und die seien immer Schockgesell. Ich weiß nicht, wo sie diese Schock, Center-Schockgesell her hat. Sieht bestimmt cool aus, ne? Macht so schöne Farben rein und so, dann läuft das. Scheiß mal bitte, pass auf die Farben. Ich hab auf einer mich komplett kommentiert, aber er war dabei, als ich es kommentiert hab. Und er ist mein Favourite. Ich glaube, er ist der heißeste. Heißeste. Heißeste griechischen Götten. Er ist jetzt nicht heiß. Es sind perfekte Spots zum Chillen, zum Reden, zum... Also, na, danach werden wir auch umgeben von diesen ganzen heißen griechischen Göttern. Also, die Göttinnen werden mir jetzt erstmal nicht so wichtig, ne? Ich glaube, ich bin auch... Ich glaube, ich bin ein bisschen horny. Aber ich hab auch lange schon meinen Freund nicht gesehen. Ich hab's einfach absolut nicht drauf, da draußen in der weiten Welt meine Liebe zu finden. Boah, wisst ihr, wer das ist? Das ist die Anna, die als Brünette bei Ex-Amenich war. Jetzt ist sie wieder eine Blondine, eine vollkommen natürliche Blondine, also die Haare und so. Alles, was da dran klebt, ist natürlich. Und jetzt sucht sie halt erneut die wahre Liebe, natürlich. Es gibt Frauen, die stehen auf riesige Penisse. Ich glaube, so ist schon okay. Klar. Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. In so einem Smalltalk oder so. Oder wenn sie sagen, hier, ich war ja auch in ein paar Datingshows. Sag mal was. So, und sie inspiriert mich total, weil sie labert einfach so einen richtigen Bullshit. Manche Frauen stehen auf große Penisse. Wow. Das ist so, wie wenn man sagen würde, jeden Tag geht die Sonne auf. Oder von Sonne bekommt man Sonnenbrand. Oder manche kriegen manchmal Durchfall. Ja, danke fürs Teilen. Bestenfalls soll auf jeden Fall meine nächste Freundin die letzte sein. Genau. Und dann, den kennen wir auch mittlerweile, ne? Dem sind noch irgendwie die Lippen aufgeplatzt, ne? Oder was hat er da? Auf jeden Fall hat das mit ihm und seiner Süßen da nicht geklappt bei Love Island. Aber guck mal, wenn die nächste Freundin deine letzte ist, dann ist das ja auch vorbei mit den ganzen Datingshows, ne? Kannst du vielleicht nochmal Temptation, Temptation Island machen, aber dann kommt da auch nicht mehr viel. Ich glaube jetzt so vom Typ her, wäre jetzt so Fabio nicht so mein Fall. Dicklippige, die nicht mehr dicklippig ist. Isabelle, ich bin so froh über jede Frau, die sich diese ganze Grütze da aus den Lippen entfernen lässt. Natürlich hat sie wieder was reinmachen lassen, aber es sieht um Welten besser aus als in der letzten Staffel. Ich find's auch cool, dass sie wieder dabei ist. Sie ist sozusagen die Jill von damals. Die war ja auch in der normalen Staffel dabei und dann war sie nochmal an der nächsten dabei. Ihr wisst, was ich meine, ne? Amma, du freut mich. Weiß ich. Weißt du? Ja. Ich hab dich gesehen, weil Love Island. Ich hab dich gesehen, gestalkt und ich hab ein Poster von dir über mein Bett. Ich weiß ganz genau, wer du bist und worauf du stehst und worauf nicht. Gina hat zwei Freundinnen in dieser Staffel. Die eine ist die Anna, die jetzt eine heiße Blondine ist. Und die andere ist diese, die ich ja sehr asozial empfand, weil prominent getrennt. Ich weiß nun leider nicht, wie sie heißt. Sie wird jetzt als nächstes reden. Und sie macht hier direkt einmal so eine Kampfansage, so wie sie kennen. Gina ist super freundlich, super nett. Ich werde jetzt nicht Rücksicht nehmen und sagen, hey, die liebe Maus. Das ist aber eine liebe Maus. Der kann ich aber nicht die wegnehmen. Das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Weil wenn ich jemanden gut finde, finde ich den gut. Und so denkt sie auch. Sie ist hier, ja. Es tut mir leid. Sie mag vielleicht auch richtig, auch trendisch und so weiter sein, aber alleine, wie sie redet, ihre Art zu sagen, nein, 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 das ist ja auch ganz angefangen. Und keiner steht auf keiner. Ich markiere hier schon mal mein Revier und kündige an, ich würde in die Fresse polieren. Are you the one, wie heißt das, reality stars in love? Guck, das ist so ein Ding. Dem wurde wahrscheinlich vor 10 Minuten einmal vorgelegt, wo er gerade mitmacht. Und jetzt versuchte das alles noch irgendwie zusammenzubekommen. Are you the one, reality stars in love? Genau, da bin ich und da lebe ich für. Und das wünsche ich mir auch schon von immer an auf, also genau, ja. Wo bin ich nochmal? Oder ist das jetzt diese Fake-Film-Premiere, für die ich auch geworben habe? Give it perfect matches. Ich hätte auch gern mal wieder irgendwie was Festes. Also ich hätte mal Bock wieder auf eine Beziehung. Am Arsch hätte er Bock auf eine Beziehung. Es tut mir leid. Der befindet sich so auf seiner gefühlten Höhe in der Karriere, in der akademischen Laufbahn. Und ist gefragt wie nie. Der möchte doch jetzt keine feste Freundin haben. Damit er da nicht umbumsen kann, wenn er auf Tour ist. Das kann ich nicht erzählen. Ich habe schon alles weggeflankt, weil es zu wegflanken gibt. Deswegen gucke ich mal einfach hier, weil es auch mal so was hinter der Fassade stecken kann. Du wirst niemals hinter die Fassade blicken können, weil die Fassade lässt sich bei den meisten Ladys so gar nicht entfernen. Das ist jetzt nicht so, dass die sich abschminken und dann siehst du die wahre Person. Das ist das Wahre. Und auch wie er redet, er hat schon alles weggeflankt. Das ist immer nicht mein Cup of Tea. Es tut mir leid, Kelper. Ich bin voll romantisch geworden, ne? Ja, voll. Auf jeden Fall. Also er ist auch so die authentischste Götin in Griechenland, finde ich. So richtig authentisch finde ich den. Ich meine, Mama ist ja die beste Frau im Leben. Wenn es da eine gibt, die so nur annähernd der Mama das Wasser reichen kann, da wäre ich ja super froh drum. Also ich finde, er hat so seinen eigenen Moment des Bachelors. So, bei diesen Aufnahmen, die sie da gemacht haben, hat er wirklich so sich gefühlt wie der Bachelor. Sie sollen sagen, wie die Mama. Ich weiß nicht, welche Qualitäten du über deiner Mama erfahren hast, von denen du dir auch wünschst, dass deine Freundin sie auch hat. Ich hoffe, es ist nur ein Rock und Putzen und so. Und ja. Optisch ist mir sofort im Auge gesprungen. Tatsächlich. Amadou? Okay, Amadou ist auch mein Favorit. Echt? Krass. Geile Sau. Ja, ja. Lass die Finger von dem. Der sieht wirklich verdammt gut aus. Aber no way. Der wird sich, glaube ich, niemals verlieben. Das fühle ich bei dem. Aber mich würde natürlich interessieren, was bei ihm halt schief gelaufen ist, ne? Warum der sich nicht binden kann. Alter, wollen wir saufen jetzt oder was? Genug hier Smalltalk auf trocken. Wir haben nüchtern in Marien gemacht. Lass mal jetzt saufen, Alter. Die ersten Minuten waren noch sehr, sehr zivilisiert. Aber das haben wir inzwischen komplett abgelegt. Und ja, sind zu einer anderen Hausordnung übergegangen. Wie drückt er sich bitte aus? Wie kommt das? Ja? Also, gut, er hebt das Niveau, ne? Aber er tanzt auf jeden Fall mächtig aus der Reihe. Aus verschiedensten Gründen. Außer, ähm, hier die Beziehungsgestörtheit. Da passt er wiederum vollkommen ins Bild. Aber ansonsten, wie er sich ausdrückt und dass er keinen Alkohol trinkt, das ist schon eine Rarität. Ich hab Bombenlaune, hier sind Bombenleute, Bombenquarantäne. Quarantäne, ne? Es sind Bombenquarantäne, in Quarantäne bei IZO1 ist es einfach bombig. Sind schon ein paar schöne Fahrgestelle unterwegs. Das, lieber Micha, das passt zu dir. Doch, das passt zu ihm. Ich hatte ja auch ein Interview mit ihm, da hat er auch so ein bisschen rausgehauen. Wobei, der kam ein bisschen heller rüber als bei der Kabel Challenge beispielsweise. Aber ich nehm ihm nix übel, weil er ist einfach zu heiß. Er ist mein Favorite. Isabel, wir hatten schon das Vergnügen, zusammen die Tanzfläche ein bisschen unsicher zu machen, was ich auch definitiv genossen hab. Und bewegen kann sie sich und wir wissen ja alle, was das bedeutet. Was bedeutet das denn, dass sie richtig gut Nudeln zubereiten kann? Alente oder was? Erzähl mal. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Person einfach eine angenehme, coole, heiße Ausstrahlung hat. Mir ist einfach nur richtig wichtig, dass die Person eine angenehme, heiße, muskulöse, männliche, testosteronreiche, heiße Ausstrahlung hat. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich bin ganz bescheiden. Isabel ist tatsächlich überhaupt nicht mein Typ. Also mit den Tattoos, mit der Haarfarbe, insgesamt die Kombination. Mit den Tattoos, mit den Lashes, mit der Haarfarbe, der Körperbau, die Silikone, alles einfach ist mega zum Kotzen. Aber ich rede einfach mit ihr, weil irgendwie ist es auch ganz cool, wenn sie sich auch in mich verliebt. Ich bin sehr gespannt, was die Experten sich für ein Perfect Match für mich ausgedacht haben. Da sind gar keine Experten in. Die haben einfach die Reality-Stars genommen, die available waren und die mega crazy rüberkamen und unterhalten haben. Die denken ja nicht wirklich, dass da tatsächlich Psychologen sich mit euren Psychosen auseinandergesetzt haben, um dann zu gucken, welche Psychose zu welcher am besten passt oder am wenigsten lebensgefährlich ist. Ich möchte endlich mal wieder richtig verknallt sein. Genau, und ich hätte gerne nochmal richtig viele neue Instagram-Follower und richtig viele neue Kooperationen. Vielleicht mal für eine Blondierung oder neue Extensions oder so. Und ja, genau, verliebt sein wäre auch voll toll. Du bist nicht so mit Liebe irgendwie, habe ich das Gefühl. Klar. Du suchst nach der Liebe. Ja, sicher. Ich bin eigentlich voller Beziehungstyp. Echt? Guck mal, Gina, du kennst doch schon die Antwort. Ich meine, so wie sie da rangeht, kennst du doch schon die Antwort. Ich würde meinen, ich ist eine Vermutung, ne? Bitte, Gina töte mich nicht. Aber sie möchte natürlich die Karriereleiter hoch. Und Kevin ist natürlich weit oben. Also für die dort ist er ja auch super weit oben, ne? Vielleicht auch für alle. Tut mir leid, er ist ganz weit oben. Und sie möchte sich natürlich einen ranhängen. So, wenn sie weiß, dann hat sie eine Story mit ihm. Sie weiß eigentlich auch schon, dass er sich verarschen wird. Da kann sie sich wiederum überall über ihn aufregen und hat wiederum einen Gesprächsstoff. Also sie macht das schon ganz schnell. Er ist so meiner Meinung nach schon so ein bisschen der Partylöwe, der selten Gefühle zulässt. Ich weiß nicht, ob der Junge jemals Gefühle hatte. Beziehungsweise hat er auch diesen wunderschönen Song komponiert und produziert. Dieses, ähm, wie für Laura. Für Laura. Ich glaube, Laura hat, nachdem sie den Song gehört hat, bereut, dass sie jemals mit ihm in Kontakt getreten ist, weil ihr Name beschmutzt wurde. Trotz Autotune und so weiter. Okay, vielleicht hat er einmal möglich Gefühle dazu gelassen. Schau mal, bei der Gina ist halt so die Sache so, ne? Alles ist rund und groß und dick, so. Ich glaube, das hört man gerne. Wenn ein Mann mich so beschreiben würde, das wäre wirklich toll für mich. Bei Sahlien ist alles dick, rund und groß. Dankeschön. Da ist die Tür. Tschüss. Wir haben hier noch einen Hotty, der mal auf einen war, glaube ich, startet fünf. Und der hat auch Ansprüche an eine Frau. Zu einem muss sie natürlich gut aussehen in meinen Augen und zu anderen muss sie halt eine gewisse Intelligenz mitbringen. Da könntest du so höchstens Armado nehmen. Also der ist der einzig Intengente dort. Ob sozial Intengent, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall eine Schulintengenz. Und bei den Frauen müssen wir mal gucken, ob jemand dabei ist. By the way, wisst ihr, was passiert jetzt? Ich habe vor kurzem mal einen Kommentar gelesen, der stand, also ganz oft sind ganz, ganz tolle Kommentare von euch dabei. Auch Tipps, die ich angenommen habe, was den Ton angeht und so weiter. Ich hoffe, heute halte es nicht so. Ich fand aber diese Location einfach wundervoll mit diesen serbischen Fenstern. Auf jeden Fall hat letztens einer geschrieben, sagen wir, du sagst immer Intengent. Intengent, ich wollte dich nur aufmerksam darauf machen, dass es intelligent heißt. Und ich so, Dankeschön, Dankeschön. Bisher hat es bei mir nicht geklappt mit der Liebe, weil ich halt aufgrund meines Berufes sehr viel reise. Er ist seit sieben Jahren Single, weil er so viel reist in seinem Beruf. Wie wäre es denn mit einer Umschulung? Oder ist das der Grund, wie so ein Hier ist? Mach doch mal was anderes. Oder so. Also wenn das gar nicht geht. Und ich meine, als wenn eine Beziehung nicht klappen würde, wenn einer einmal reisen würde, wird, reist. Ich gucke von den einen Augen in das andere und dies und das und ja. Und damit verbringe ich den ganzen Tag. Ich gucke in einen Augen, in das nächste, in das eine, in das nächste, in das eine, in das nächste. Ich bin schon ganz kirre. Die Anna redet mit dem Micha über anderen oben. Und sie findet ihn optisch richtig heiß. Aber leider nur optisch. Leider nur rein optisch, weil er trinkt keinen Alkohol. Das geht gar nicht. Er ist keine Saufnase. Das kommt mit mich ins Haus. Ich will einen, der immer besoffen ist. Nun spielen sie Wahrheit oder Pflicht und einige müssen sich aufgrund des Spiels küssen. Micha und Anna küssen sich aber, weil Micha gerade einfach Bock hat. Es könnte auf jeden Fall ein Perfekt-Match sein. Wir drehen das schon mal weiter. Guck mal, wozu die ganzen Psychologen? Wozu braucht man Profis? Er hat ja einmal die Zunge in den Hals gesteckt und sie ist sich schon sicher, das könnte ein Perfekt-Match sein. Danach will Martin ihr aber auch nochmal die Zunge in den Hals stecken. Den Martin findet sie auch interessant, weil er so viele Gemeinsamkeiten hat. Saufen, Bannermann und so. Und dann hat sie beide geküsst. Micha küsst gut. Martin küsst gut. Sophia Tomala küsst gut. Die Hauswand küsst gut. Die Katzen küssen gut. Alle küssen gut. Micha, was willst du eigentlich? Erzähl mal. Wie, was will ich? Was du willst? Ich möchte meinen Perfekt-Match hier finden. Noch ein Kandidat, der seinen Text nicht perfekt gelernt hat. Was soll ich hier nochmal einmal sagen? Dass ich beim Perfekt-Match bin, ne? Nee, dass ich eins möchte. Genau. Nun stößt Anna mit dazu. Und der Micha hat sowohl zu Anna gesagt, sie sei seine Number One und halt auch zur Gina gesagt, sie sei seine Number One. Wobei so Hype, ne? Auf jeden Fall stößt du jetzt mit dazu und denkst, okay, und was passiert jetzt hier gerade? Und Gina ist auch total verwundert, weil... Ich bin privat mit Anna befreundet. Und ich habe ihr halt erzählt, dass ich mit dem Micha geschrieben habe. Ich finde ihn interessant. Ja, und jetzt hat sie sich ihn gekreilt. Es geht gar nicht, ne? Also ich glaube auch, dass diese Freundschaft kaputt gehen wird. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich existent ist. Also so wirklich, wirklich aufrichtig. Falls ja, dann würde sie kaputt gehen. Oder die haben sich abgesprochen, dass deren Freundschaft sowas überleben würde. Dass sie einfach so ein Beef uns liefern. Anfangs war Micha halt bei Gina nicht auf Platz 1. Also dachte ich, wie kann ich ohne Probleme da jetzt irgendwie rangehen oder so? Oder so? Also ich meine, sie hat mir schon erzählt, dass die privat schon geschrieben haben und sie Bock auf ihn hatte. Aber tut mir leid. Was ich will, will ich. Ist meins. Ich scheiß auf Freundschaft. Und nun ist es so, dass die Gina, sie hat es ja jetzt auf Kevin dann abgesehen auch, ne? Micha auf Micha auch, aber auf Kevin halt auch. Wobei sie vor Micha versucht hat, das zu bestreiten. So, nee, abzustreiten meine ich. Bestreiten. Hat sie gesagt, nee, was war denn da mit dem Kevin? Gar nichts, nee. Und auf jeden Fall schlägt sie dem Kevin jetzt vor, mit ihm in ein Bett zu gehen und dort mit ihm zu schlafen. Er fühlt sich völlig überrumpelt, weil sie ist ja eine ausgebildete Verführerin. Und dann hat er noch so die Erinnerung von früher. Die Gina, die kommt mir zu, zu oft, zu nah. So sieht das auch aus. So innig, wie er ihren Kuss erwidert, ist ihm das alles viel zu viel. Er fühlt sich völlig überrumpelt. Das kann ich spülen und sehen. So, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich werde jetzt Tschüss sagen und mir heute die Wasserfälle mit meinen Freunden angucken. Es gibt hier Wasserfälle. Das werde ich auf Instagram veröffentlichen. Also, falls ihr da rein unschauen wollt, gerne. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, ne? Tschüssi.